ich habe noch nicht mehr fertig geladen muss ich sagen welchen team bist du denn ich bin bei den russen bist du okay bisher ist uns immer amina ich glaube zu sein ist auch besser ich meine immer noch besser als so ein sowjetischer bär zu sein ich finde es so genial unglaublich so was hätten wir auch mal bringen müssen aber es hätte schon eher gegeben an unserer schule was steht da noch mal drauf die haben einfach die haben so ein student council also ich nehme an sowas wie ein schülersprecher gewählt und haben aber überall irgendwelche plakate auf aufgehangen aber alle selbst gemalt waren dann immer wieder in jedem plakat war so ein genaues gegenplakat was aber richtig professionell gemacht werden wurde für sovjet bär der kommunistisch ist und sonst was don't vote the enemy vote sovjet bär aber immer dann so ein spruch der genau passt aber so richtig professionell gemacht und auch öfters mit solchen roten mit roter hammer und hammer und sichel wechsel mal zu mir ins warte mal what the fuck jetzt sehe ich warum alle in deinem team switchen ne es wird schmerz mir ins team ok warum wechseln die alle weil in deinem team in den russenteam haufen mit äh dinks 100 sind aber wir verlieren abgesehen davon darf ich nicht wechseln weil euer team anscheinend größer ist bei mir steht dasselbe na gut dann ist wahrscheinlich gerade perfekt ausbalanciert also ich bin mit meiner irgendwie zufrieden ja vielleicht auch nur daran dass ich keine andere probiert habe tippen ist halt scheiße mit den jahren aber ich finde rumlaufen ist mit den jahren so viel besser so warten ich brauche jetzt wieder visier what the fuck ist hier gerade passiert wir warten Oh nein Was ist los? Fuck Ich saß halt gerade Scheiße, wie kann man so blöd sein, Alter Ich fährt uns voll zu den Gegnern zum Panzer hin Obwohl wir nur so ein leichtes Obwohl wir nur ein MG haben Ey, ich bin das Russe, cool Wo bist du, in welchem Spot? Äh, warte Ey, ich hab's Okay, bin bitte Du bist tot, scheiße, was soll das? Ja, so ein Kumpel hat mich getötet Auf die Stimme Ich weiß aber gar nicht, wo der herkam Scheiße, wir sind bei C Ausgerechnet bei C Ah ja, wir sind ja Russen Warte, fuck, ich bin doch gerade als Russe gespawnt Ich bin gerade so brainfucked Du bist doch mein Squad Ja, davor meine ich halt Ich hab überhaupt keine Äh Ich hab überhaupt keine Übersicht über die Web Alter Wir sind hier gerade für Spawnraped Äh, sonst Guck mal, du bist da hinten Guck mal, wir sind hier Fast an unserer Base Und geh da weg, pass auf Da ist der russische Dings Wir sind doch Russen Äh Ach du Scheiße, jetzt ist er da Oh mein Gott Das ist halt unwirklich, hier irgendwas zu machen Wir müssen abhauen Jemand muss sich mal kaputt springen Ja, ich geh auf den Markt Und dann geh ich Äh Spawner war auf dir Oh ja, unser Team ist eigentlich zu viel schwächer Ja, weg, man Ja, weg, man Ach Es rennen hier gerade auch keine durch Kommst du zu mir, oder wo bist du eigentlich gerade? Ich kämp' gerade auf einem Dach auf dem Markt Ich bin eigentlich von einem Zündner in einer ziemlich guten Position gerade Ja, ich bin unter dem Haus Bis unten am Haus Naja, nee, okay, jetzt nicht, wenn da der Typ da reingelaufen ist Da ist ein Typ drin Nein, da drüben auf der anderen Seite waren die ganzen Fläche Aber jetzt ist einer aus dem Weg, da ist da dran Ach so Ja, gut Da war der einer aus unserem Squad Und der hat dann halt keine mehr, ja Ja, klar Nein, der ist, also kann ein Gegner sein, aber der ist halt reingerammt Aber jetzt kamen gerade wieder ganz viele, die haben mich ja gekült Hoffentlich werde ich nicht gemessert, wenn ich hier so Okay, ich brauche noch gemessert Hallo Martin Oh, hallo Alter, weißt du, wie riskant du hier bist? Auf der anderen Seite sind so viele Gegner Ja, dann Mach mal nicht aufmerksam auf mich Oder verteidige mich mal irgendwie unauffällig Oder so Ich glaube gerade auf die andere Seite ist das, weil die so viele sind Ja Oh ja, ich, ich sehe es auf der Map Oh Schön unauffällig bleiben Verdankt, ich habe zwei gekillt, mir hat der nicht gekillt Fuck Ach Das war zu auffällig Ich bin auch tot Und dieser Mongo in diesem scheiß Panzer regt mich so auf Warum schießt denn jemand ab? Der ist einfach immer noch bei unserem Am, am, ähm Hat er des Spawns und du bist direkt abgeschossen Und zwar in der Russenbase, nicht bei C, oder? Warte, ich bin in der Russenbase Ich versuche mich da jetzt anzuschleichen mit C4 Ja, ich war doch in der Russenbase, ich bin dann gespawnt und direkt wurde ich vom Panzer erschossen Okay, einer versucht den abzumörsern Das ist nicht schlau, weil Mörser hier verboten sind So Ich hätte auch Mörser benutzt Aber ganz ehrlich, das ist halt das Problem, was willst du denn machen, wenn du so halt Du wettest Du wettest Spawn geraped Ha? Help mir, ich sterbe Wo bist du denn? Das ist wahrscheinlich wieder am Arsch der Kette Der Arsch der Karte Oh fuck Das ist so ein Scheiß, dieser Panzer regt mich so auf, wa? Oh, und da kommt der Oh Oh mein Gott, Alter Ich bin nur so zugekämmt Ich bin jetzt einfach voller Keine über die Straße Es gab Leute, die tatsächlich auf mich geschossen haben, aber ich hatte keiner getroffen Ah, da bist du? Ja, ja, ich bin voller Keine reingelaufen Okay, ich probier's Alter, das ist so riskant Direkt neben mir sind Gegner Ah! Ja, was soll das? Alter, die haben das Haus hier gesprengt Warte, wo sind die Gegner? Ich seh keine Die wurden geluket Echt? Ja Alter, fahr Schreiz denen doch mal den Namen vom Mörsertypen Der ist von uns, der Mörsertyp Ja, aber die wollen den rauswerden Die wissen aber halt nicht, wer das ist, weil der keine Killz macht damit Der macht hier nur so 99% so? Ja Ja Haha Geil Äh Objektive secure Okay, so langsam können wir uns wieder fahren Ja, wort? Was? Oh, die erschreckt mich immer so Alter M1014, ist das ein Sniper? Wo ist ein Sniper? Nein, ist das ein Sniper, meine ich M1014 M1 M1014 M10 Ja, M1014 halt Das ist ne Shotgun Achso, ja gut, weil ich hab mich schon bewundert, dass der mich gewone-shotet hat Weil ich hab ihn auch getötet aus irgendeinem Grund Wir sind Shotguns erlaubt? Ah ja stimmt, da ist dieser Nein, warte, hä? Arrengar Meine Chance Ich hab keine Munition mehr mitmachen Meine Chance Martin, spawn auf mir und gib eine Munition Jawoll, ich hab ihn! Ich hab ihn! Ja! Ich hab diesen Fickpanzer endlich zerstört! Kannst du mir helfen? Ja, fuck! Ja, warte, ich helf dir Wo bist du überhaupt? Jetzt wieder bei dir Ich muss mich grad mit dem Panzer zusammen in die Luft holen Weil ich den endlich zerstören muss Hahaha Ja Ey, Alter, das ist hier saugefährlich, was ist los? Ja, aber ich hab hier ziemlich viele schon gekillt eben Boah, du bist so... Mutig und so Also auf der anderen Seite würde ich lieber durchlaufen, ehrlich gesagt Und damit das viel zu riskant Da sind schon welche! Pass auf! Ja, ich hab... Kannst du mal rechts gucken jetzt von dir? Oder hinter dir jetzt? Nein, es hat mich getötet Fuck Ich rette dich! Haha, wir ringen sich die ganze Zeit über diesen Mörser-Typen auf Aber haben immer nur nicht rausgefunden, wer das ist Oh, jetzt hab ich deine Sachen Warte, da ist Jemand Oh fuck, da ist der Jeep Ah! No Ey, gib mal Muni Nach drei Klicks wird das automatisch geworben, oder? Du bist hauptsächlich Am besten, wenn du so rumläufst, nimmst du die Sekundärwaffe Weil sonst musst du mit zwei Beinen spielen Also hinlegen oder irgendwo da... Oh fuck, da ist der Panzer! Nicht aus der Deckung gehen! Der kommt jetzt wieder von Richtung E Nein, der ist wieder da! Der Panzer! Der gegnerische Wo bist du überhaupt? Ich bin tot! Achso Oh cool, das haben beide dieselben Waffen Wie du siehst du anders aus, was soll das? Aber ist der Typ noch drin? Ich komm mal grad Welcher Typ ist der Typ? Ob die die mittlerweile nicht gekickt haben Die haben den immer noch nicht gekickt, was ist mit diesem Typen los? Ja, dann werden noch keiner gekillt Jaja, weil der... Die haben denen noch geschrieben, dass der mit dem ist das ist am Ende des Namens Warum konnten wir nicht so? Anton, komm, wir ziehen uns mal ein bisschen mehr zurück Ich hab kein Bock, weil hier ist ein bisschen unsicher Lauf, ich gebe dir Rückendeckung Scheiße, renn! 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 Ja fuck, jetzt kann ich sich nicht wiederbeleben Weil ich leben noch Die haben den immer noch nicht gekickt Immer noch nicht Der hat 2-10 Ganz ehrlich, warum regen die sich überhaupt noch über den auf? Weil der die... Weil der dich stresst Ich sporn... Sporn in der Russenbase Warum in der... Ja, okay, weg, man Ist einfach zu unsicher sonst Richtig Ich werd hier campen Mal ein bisschen, äh... C ab Sichern Hier ist doch kein Mörsame Ja Vielleicht ist er einfach woanders hingegangen Come on, let's go, let's go! Alter Hier kommt aber auch nicht wirklich durch Oh the fuck Oh fuck Oh fuck Ey doch Ja, klar Ey, schon wieder der in den Panzer Nein!